Das Theodosius-Forum, ursprünglich Forum Tauri genannt, war eine Platzanlage in der byzantinischen Hauptstadt Konstantinopel. Etwa an der Stelle des Biasid-Platzes im heutigen Istanbul-Geschichte. Ursprünglich wurde es von Kaiser Konstantin I. bei der Anlage der neuen Hauptstadt Konstantinopel unter dem Namen Forum Tauri errichtet. Kaiser Theodosius I. erneuerte die Anlage und weihte sie im Jahr 393 n. Chr. 9. Im Anschluss wurde die Platzanlage nach ihm benannt. 1927-28 wurde das Theodosius-Forum bei Straßenbauarbeiten wiederentdeckt, 1957-58 weitere Funde gemacht. 8. Lage gefunden wurden am westlichen Rand des Forums Reste eines Triumphbogens, unter anderem Postamente und Säulenfragmente, der einen der beiden Zugänge des Forums bildete. Man erreichte ihn über die Mese, die antike Hauptstraße Konstantinopels, heute die Yenizeri-Lakadesi-Zirka, 100 Meter östlich des Gebäudes der Philosophischen Fakultät der Universität Istanbul. Einzelne Bauteile des Bogens wurden beim Ausbau der Jerebatan-Zisterne unter Kaiser Justinian I. Zeit verwendet. Im Zentrum der Platzanlage stand die bereits 386 n. Chr. errichtete Theodosius-Säule, die wie der Bogen den gemeinsamen Triumph des Theodosius mit seinem Sohn Arcadius feierte. Im Rahmen von Fundamentierungsarbeiten im Bereich der Universität wurden Reste dreier Basiliken freigelegt, von denen eine aus der Zeit Justinian C. stammt. ... Untertitelung des ZDF, 2020